so was geht ab was geht ab nein nein was geht ab und herzlich willkommen zu einer neuen folge hier auf meinem kanal bose god of war ragnarök wunderschöne aussichten hier wir sind leider ja nicht mit meinen willen aber mit atrius sein willen sind wir in asgard gelandet ja ich weiß nicht was atrius vor hat wir wissen es alle nicht aber wir werden es erfahren ich kann euch nur eins sagen ich bin extrem aufgeregt und gespannt was der junge vor hat denn ich ahne irgendwie nichts gutes ich kann mir vorstellen weil bisschen was ich immer wieder denke loki ja ist der meister der täuschung die mauer ich bin in asgard und ich denke mir dann immer so ja ja digga er könnte odin vielleicht täuschen vielleicht könnte er alle täuschen und darauf hoffe ich um ehrlich zu sein weil ich will nicht kratos in den rücken fallen aber wenn man kratos in den rücken fällt digga der fällt die auch in den rücken und das endet nicht so geil aber erstmal müssen wir uns hier mit diesem kampf beschäftigen die musik alter richtig skandinavisch ich bin wieder gekommen sein warte der hört uns ja wie soll ich mich abwerfen ist verdammtes kleines misst wie ich alter Die kriechen, Alter. Ja, hallo Asgard, so werden wir hier begrüßt, interessant, mit Gegnerhorden ohne Ende, hier haben wir eine Heilung, ist hier noch irgendwas? Nee, ich glaube, abhauen, aber ich bin so aufgeregt, ich bin so aufgeregt. Alter, da sind überall Gegner, kein Bock gerade auf Gegner, kann ich endlich wissen, was passiert. Aber wir lassen keinen Kampf aus, Boss. Hörbarita. Was war's? Es sieht hier aber immer noch wunderschön aus. Das wird mir sehr gut. Wir können da hoch. Wie? Was ist das? Ja, gefahrt. Ah, okay. Verstanden, ich sehe sie. Wieso redet er mit diesem Raben, Alter? Die Musik feiere ich übelst. Ja, also er ist immer noch der Meinung, dass er das Schicksal ändern kann. Was soll ich zu Odin sagen? Äh, hallo. Ich möchte so etwas wie dein Lehrling sein. Oh Gott. Das heißt nicht, dass ich dir diene. Nicht auf eine Art, die etwas mit einer Prophezeiung zu tun hätte. Ey, was redet er da, Mann? Was redet er für eine Scheiße, wirklich? Er hört halt auf niemanden, der irgendwie... Ihn leeren wollte. Oh, lecker. Oh, lecker. Was hätte er mich erwischt? Jetzt reicht's auch schon mit Gegnern. Hochklettern. Rimpfür. Rimpfür. Ist sie bei uns eingezogen? Egal. Konzentrier dich, Loki. Oh mein Gott, Alter. Ernsthaft. Habt ihr das gehört? Er nennt sich selbst Loki. Er nennt sich selbst jetzt Loki. Sagen wir mal, wie können wir das... Hm. Nee. Da kommen wir nicht ran an die Kiste. Das ärgert mich. Da an die Kiste ran. Komm von oben. Ja, ja, da ist Feuer. Da würde das mit seinen Klingen wegbrennen. Was kann ich machen? Ah. Oika. Ah. Vielleicht hilft mir die Siegelmagie auf meinem Bogen. Sagte Brock. Warte mal. Wenn ich die Dornen mit dem Feuer anzünden könnte. Okay, okay. Das könnte funktionieren. Reicht das aus? Ja, es reicht aus. Also. Ja, das glaube ich nicht mehr. Doch. Es reicht immer noch aus. Also. Einmal einen hier hin. Und dann kurz runter. Hä? Lol. Wir haben es einfach schon. Und ich mache mir da voll die Mühe, einen Plan zu schmieden. So. Was haben wir denn hier? Zersplitterndes Siegel. Geil. Er feuert einen suchenden Siegfall ab. Der zwischen Gegnern hin und her. Warte. Geil. Was? Na, das brauche ich nicht. Komm, wir probieren das mal aus. Hört sich echt geil an. Boah, der Lachs macht gerade Party in meinem Magen, Alter. Voll Lachsnudeln gehabt. Also Atreus hat ja nichts, ja, Böses vor in dem Sinne. Er hat ja wirklich eigentlich Gutes im Sinn. Er will seinen Vater einfach nur retten. Aber ich weiß nicht, Digga. Das klingt nach Menschen. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut, was du machst, Junge. Da sind Menschen. Ich sehe sie auch. Nicht nur du, Atreus. Oh. Also, hier gibt es nur die Mauer zu sehen. Gibt es ein Tor hindurch? Nein. Außer du bist ein Asengott. Und in dem Fall wüsstest du das. Ich? Nein. Ich bin aus Midgard. Was? Ohne Scheiß? Ich auch. Sköldr. Loki. Sköldr. Sköldr. Warte mal. Seid ihr alle aus Midgard? Ja. Der, äh... Allvater rettete uns vor der Verwüstung. Hier dürfen wir bleiben, aber... Wir gehen da nicht rein. Kommst nicht in die Stadt. Nur mit Magie. Du... Du kannst keine Magie, oder? Ein bisschen, doch. Was? Ohne Scheiß? Gehst du durch Wände? Noch nicht. Noch nicht freigespielt. Kann ich nicht drüber klettern? Da hoch? Einfach so? Äh, nein. Du könntest sterben. Naja, ja. Ich mein... Schau sie dir an. Aber... Odin wartet. Warte. Du kennst den Allvater? Ich bin quasi sein Lehrling. Ohne Scheiß? Was bringt er dir bei? Ich weiß nicht. Hat er noch mehr Schüler? Ich weiß nicht. Wie lang bleibst du? Du weißt es nicht. Was redet er da, Alter? Ich kletter jetzt die Mauer hoch. Tja, das muss ich sehen. Brauchst du Hilfe? Das ist nett von dir, aber... Ich muss allein gehen. Oh, ich wollte nicht mit dir klettern. Ich schulde Odin vielleicht mein Leben, aber sicher nicht meinen Tod. Nicht, dass ich glaube, du würdest abstürzen. Vergiss es einfach. Also er will tatsächlich rüberklettern. Was, Hugen? Hugen leistet dich für wer? Also... Hugen. Einen Schritt nach dem anderen. Hugen und Mohnen. Nur mit den Händen. Tja, Loki. Du scheinst ein guter Kerl zu sein. Ich hoffe, ich sehe dich nicht gleich sterben. Danke. Klettern. Echt? Ich auch. Die Asgard-Mauer hoch. Du weißt, du sollst nicht runterschauen, ja? Ich schaue gerne runter. Drum zu. Dann sehe ich, wie weit ich gekommen bin. Oh ja, klingt toll. Kann ich das verwenden? Es war sehr ironisch als letzte Worte, aber... Wie bitte? Nichts. Gar nichts. Hey, du machst das toll. Hä? Was denn? Ah, ich verstehe. Also, wir klettern jetzt wirklich diese gigantische... 50 Meter? 100 Meter Mauer hoch? Junge. Andreas ist auch sehr optimistisch. Oder Loki. Boah, Alter. Das ist also Asgard. Noch nicht ganz, aber es sieht unglaublich gut aus. Alter, wie, wie... Wie fantastisch, ja? Angelehnt auf Fantasie. Das sieht sehr, sehr geil aus. Hier ist ein Tempel. Oh je. Kein Wunder, dass wir ihn nicht nutzen konnten. Alles klar. Ich schaffe das. Alles gut. Einfach weiterklettern. Ist ja nix dabei. Eine 50 Meter Mauer, 100 Meter Mauer hoch zu klettern. Und wohin jetzt? Hey, Hugin. Willst du dir die Zeit nicht mit deiner Geschichte vertreiben? Oder? Ja. Dachte ich mir schon, dass du das sagst. Ja. Eines? Hier oben? Oika! 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 Alter, willst du mich gerade komplett verarschen? Leute, was ist hier los? Das ist Mistviech, Alter. Oika! Meine Fresse. Ja, ich komme. Boah, Alter. Alter. Was eine Sicht, ey. Ähm. Skalva! Skalva! Komm schon. Alles klar. Das war das Zeichen, dass ich hochklettern kann. Warum kann ich eigentlich deine Gedanken nicht hören? Es schien, als ob Odin das könnte. Das warst du in unserer Hütte, oder? Du und dein Bruder, schätze ich. Das nehme ich als Ja. Was ich mich die ganze Zeit frage, bei der ganzen Sache? Ich habe das Schlimmste hinter mir. Wenn er wirklich Loki ist, wenn er was mit dieser Familie zu tun hat. Es ist nur möglich, wenn Kratos seine Frau, also Laufey, auch was mit dieser Familie zu tun hat. Doch anders gar nicht möglich. Das wäre doch komplett unlogisch. Das bedeutet, dass, glaube ich, noch ein dickes, fettes Geheimnis von der Frau gelüftet wird. Was vielleicht nicht so angenehm sein wird. Es hört sich alles so komisch an. Es kann nicht von Kratos seiner Seite kommen. Wenn ihr versteht, was ich meine. Na ja, wir dürfen gespannt bleiben. Wo ist denn noch einer? Ach, da ist ein Nest. Wo ist denn noch nicht? Wo ist denn noch ein Licht? Wo ist denn noch ein Licht? ist da noch ein nest also es kommen immer mehr fragen in meinem kopf wollen was das letzte thema jetzt angeht mit kathos seiner frau ist mir keine ruhe das bringt mir eher unruhe ich muss aber an beide seiten ich dachte ich bin tot dann mal los man so unnötige gegner unnötig stellt euch vor kathos taucht hier auf alter ich muss noch etwas weiter klettern oder viel weiter aber ich bin schon so weit gekommen wie wäre es wenn ich dir mal was erzählen einmal ein riese namens loki der es für eine gute idee hielt ordins einladung nach asgard anzunehmen wo den testete loki erwartete von ihm dass er allein rimpflos mauer ganz hinaufklettert und ich sag doch alter da passiert was er kletterte weiter er kletterte einfach weiter so stimmt die finger wurden taub das atmen viel schwer aber loki kletterte weiter einen fuß nach dem anderen alter wenn er so redet habe ich die ganze zeit angst dass er abstürzt das geht nur nach oben gut 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 mach weiter komm schon jetzt nicht aufhören holy shit alter ja musste ich jetzt nicht unbedingt haben gut ich schaffe das ich schaffe das ich schaffe das bin fast da platz ihn Junge der klettert wie spider man da ist irgendjemand nein hallo hallo äh hi sag welcher teil dieser großen mauer ließ dich denken oh besucher sind hier willkommen ich wurde hierher gebeten von odin der altvater rief dich her ha gut warum bist du dann draußen und nicht hier drin fragen wir ihn doch zusammen hm ah alter was geht hier ab ist du bist du fertig sag was könnte odin allvater könig der asen von leuten wie dir wollen sag schon loki das ist eine private sache da weißt es gar nicht oder sag ihm wer du bist nein ich denke eher nicht ich denke ich lass dich fallen nein 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 Ja, ich lass dich fallen, mach's gut. Weißt du, wie wütend der Allvater sein wird, wenn du sein Gast tötest? Loki von den Jötnar? Oh. Den Jötnar? Feind meines Volkes? Ich bin kein Feind von dir. Komm aus, eine Szene. Lass mich hoch. Das werde ich ja sehen. Wir sind oben. Erstmal ausatmen. Leute, wir sind auf der Mauer. Loki von den Jötnar. Halt, ist das das Kjadlarhorn? Bist du Heimdall? Offensichtlich. Das stimmt. Ich denke mir die ganze Zeit, warum hat er solche Augen? So lila, ne? Ich dachte, das haben die einfach da drüben. Oh nein, es ist Heimdall. Geil, Alter. Damn. Uh. Klar, klau doch gleich alles, was nicht festgenagelt ist. Das wird deine Gastgeber beeindrucken. Das ist Heimdall, Mann. Gut, ich kenne Heimdall nur als Idris Elber von Thor. Stell doch einfach eine Frage. Woher weißt du, dass ich Fragen habe? Das ist mein Job. Nächste Frage. Was ist dein Job? Ich beschütze das Reich, das ich liebe, verärgere. Und ich mache Ärger? Kennst mich doch gar nicht. Aber ich sehe schon, dass du dich unbedingt beweisen willst. Viel zu sehr. Was wohl an einer überwächten Fachfigur liegt, der du nie gerecht werden kannst. Kann sein. Ich würde auch schätzen, dass du respektlos, eingebildet und impulsiv bist. Ja. Du kennst mich gar nicht. Ich helfe Leuten. Oh. Du bist hier, um Leuten zu helfen? Hm. Nein. Nein. Du bist hier, um dir selbst zu helfen. Es ist Heimdall, Mann. Jeden zu meinem Leben, der dich näher an dein Ziel bringt. Ich weiß, du bist jung. Du kamst wahrscheinlich in den Stimmbruch, als du die Wand hochgeklettert bist. Aber du hast eine verdrehte, kleine Seele. Also Humor hat er auf jeden Fall. Du bist das Chaos. In einem schönen Bogenschützenanzug. Ich beobachte, wie sich dein Mund bewegt und sehe Städte brennen. Dass du in Asgard bist, bringt nichts Gutes mit sich. Hm. Da hat er recht. Definitiv. Andererseits, wenn du hier bist, um dem Allvater zu helfen und keine bösen Absichten hegst, macht uns das wohl zu Verbündeten. Gültoppel. Wer liebt mich am meisten? Wer liebt mich am meisten? Wow. Das ist fast so beeindruckend wie Baldur, der einen Drachen zähmt. Alter. Du brauchst es sich nicht darum zu kümmern, wie stark er verbrannt wurde. Ich durchschaue sie. Dominiere sie klar und deutlich. Junge, wie krass. Sieht mega geil aus. Aber ich habe da oben eine Kiste gesehen. Die nehmen wir auch gleich mit. Wir nehmen alles mit, Alter. So, let's go. Wir dürfen drauf reiten. Schölder. 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 Ein Drachen. Ein Riese baute diese Mauer. Ein Riese. Baute die Mauer, die Riesen fernhält. Frimzur. Tamurs Sohn. Ich kenne die ganze Geschichte. Wirklich? Ich kann es kaum erwarten, dass du mich mit deinen revisionistischen Erzählungen über die Architekturgeschichte Asgards verwöhnst. Aber ein Drache, Bose. Irgendwie hört sich das alles an, als wäre die Geschichte doch nicht so. Palast. Glaubst du, der Allvater hat es nötig, sich aufzublasen wie ein sterblicher Stammesfürst? Ich glaube, nein. Das ist die große Loge, die der Allvater mit seinen eigenen Händen gebaut hat. Tut mir leid, wenn dich das enttäuscht. Vielleicht versuchen die jetzt Odin gut zu reden oder gut dahin zu stellen. Sie ist nötig zu protzen. Sie zeigt sich genau zur richtigen Zeit. Meinst du nicht? Ey, was soll das? So ein blöder Penner, Alter. Zeig mir alle deine dummen kleinen Füße, ne? Einem da, du dreckiger. Bei diesen Tricks ist es ein Wunder, dass die Jadner jeden Fall verloren, den sie je geführt haben. Ah! 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 Das war langweilig. Rate, wer jetzt dran ist. Oh, was? Ich bin sicher, dass der Allvater gerne wartet. Sehr witzig. Ich bin mir sicher. Ja, ich bin mir. Egal, als ob wir eine Chance gegen ihn haben. Wie, wer das? Oh! Es war nicht mal knapp. Was macht er mit euch? Oh! 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 Leute, was soll ich gegen ihn machen? Du verhinderst nicht, dass ich Odin sehe! Du wirst ihn sehen. Von deinem Grab aus. Was? Das ergibt gar keinen Sinn. Oh! 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 Du glaubst, das kann dich beschützen? Diese Ärmchen konnten wohl keinen echten Schild heben. Das ist das schon. Können wir mich vielleicht verwandeln? Ist das alles, was du kannst, Idioten? Ha! Das ist ein großer Spezialangriff! Bumper! 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 Oh-oh! Alter, was geht hier ab, Mann? Bumper ist da! Oh mein Gott! Was du auch denkst, er ist dein Vaters Gast. Hatte ich doch was gerochen. Holy Shit, wie er ankommt! Wenn du siehst, Alter, und das endet unschön bedingt. Sein Schnitt! Von Kratos! Ich bin im Weg! Und wie genau willst du mich aufhalten? Sieh mir in die Augen. Sag du es mir. Die Musik dazu! Du bist wirklich krank. Loki! Du bist da! Ich bin sehr geehrt! Leute, es geht los! Die sind alle da! Er liest Gedanken für mich. Der Junge ist falsch, Allvater. Dieser junge Mann ist mein Gast und voller Schlamm. Erklärungen? Er will dich verraten. Ist das wahr, Loki? Du kleiner Schwindler. Äh, ich mache nur Quatsch. Natürlich für dich verraten. Wie so ein Opa. Alter, wie... Wie sie ihn alle respektieren, ne? Er ist einfach nur ein Opa. Wisst ihr, was ich meine? Und so Quatsch, dem respektieren. So krass. Das zeigt einfach nur, wie heftig Odin sein muss. Aber Allvater... Ach... Ja, Quatsch. Hemdor, entspann dich mal. Hattest du denn vor, mich sofort zu töten? Siehst du? Was? Genügt dir das nicht? Verschwinde hier! Anstrengend. Ich weiß. Sehr scharfsinnig. Aber... Er vergisst manchmal zu denken. Weißt du? Hey, ich hab noch was zu tun. Komm mit mir. What the fuck, Alter. Was war das denn schon wieder? Hat dein Vater die Nachricht aufgenommen, dass du meine Einladung annimmst? Ich... Wir sollten nicht über meinen Vater reden. So schlimm? Hm. Kann ich verstehen. Meine Ex-Frauen, mein verärgerter ehemaliger Bediensteter, vermitteln sicher kein sehr unbefangenes Bild von mir. Doch du, du bist neugierig aufgeschlossen. Das ist wichtig. What the fuck? Macht weiter. Lasst euch nicht stören. Wenn ich ehrlich bin, Loki, hast du Glück, dass meine Einladung noch gilt, nachdem du Tiere befreit hast. Aber mit ihm Zeit zu verbringen ist vermutlich Strafe genug, oder? Hahaha. Mimir hat wenigstens seinen Humor nie verloren. Aber das nicht jetzt alles hinter uns. Irgendwas stimmt nicht. Hey, hey, hey! Ihr sollt sie trainieren, nicht enthaupten. Schläge nur unterhalb des Halses, ja? Ist das hier immer so, wenn ich nicht da bin? Allvater. Königin, genau. Die Engheria sind bereit für dein Segen. Oh shit. Seit bin ich ja hier, oder? Hm. Es gibt wohl eine neue Walkürenkönigin. Großartige Soldaten, diese Engheria. Aber wenn sie aus Valhall kommen, sind sie oft etwas benommen. Ich tue für sie, was ich kann. Krass, die ausschaut, Alter. Walkürenkönigin. Leute, ihr wisst, was das heißt, Boos. Warte kurz. Das wird nicht lange dauern. Wir werden auch Walküren wieder töten können und herausfordern können. Münzennappen, Rotgar. Münzennappen, Gorn. Alter, was passiert mit denen? Jan. Okay. Gut. Weiter geht's. Was soll das denn immer? Ah, Bücher, gut. Die sind für ihn. Ich hörte, du bist ein eifriger Leser. Das sind nur einige Bände aus meiner persönlichen Sammlung. Äh, danke. Jürgen, ich hoffe, ich richte da keinen Pilze. Also, ich weiß das Angebot zu schätzen, aber ich weiß nicht, was du von mir erwartest. Im Moment bist du nur zu Besuch, Loki. Ein Schritt nach dem anderen. Schön langsam, Karl. Bei allem Respekt. Du musst wissen, ich wollte hier lernen, nicht dienen. Noch ein Diener ist das Letzte, was ich brauche. Ich brauche jemanden mit Motivation, mit Neugier, der die Initiative ergreift. Sieht gut aus. Ist das geschmort? Aber warum ich? Weil ich ein Halbriese bin? Glaubst du? Das ist Thor auch. Erwin, versuch wach zu bleiben. Für mich? Na gut, aber... Hör zu, denk nicht viel drüber nach. Ich habe ein Projekt, das dich interessieren könnte. Eine große Chance, etwas zu lernen. Für uns beide. Was ist mit meiner Familie? Meinen Freunden? Ich muss sicher sein, dass niemand verletzt wird. Warum sollte ich jemanden verletzen? Ich habe von Anfang an nur um Frieden gebeten, wie du weißt. Du bist jetzt hier. Hör auf, dir Sorgen zu machen. Alles wird gut. Dein Zimmer ist schon nah. Mein Zimmer? Alter, gefällt mir nicht. Du kannst kommen und gehen, wie du willst. Nimm dir, was du brauchst. Sieh dich um. Du bist nicht mein Gefangener. Und worauf es ankommt. Ich bin nicht dein Vater. Allvater, es gibt ein Problem, das der Lösung bedarf. Sif, du hast unseren neuen Hausgast noch nicht begrüßt. Sag hallo, Zuloki. Das ist er. Hier, in unserem Haus. Wie sieht die aus wie Kratos, seine Frau? Wie nett. Meine Diplomatin. Alles in Ordnung? Im neuen Midgard? Den Flüchtlingen geht es gut. Das Problem sind die Zwerge. Du weißt schon, wer ist zurück. Irgendetwas ist immer. Leg die Bücher weg. Wir haben noch etwas zu tun. Äh, Klaus. Was ist hier los, Alter? Was ist hier los? In Ordnung. Ich bin hier. Wo ist der? In Ordnung. Oh, gut. Du weißt, was ist hier? Nein, mein Vater. Ja. Hallo. Storlin. Was ist hier? Was ist der? Was ist ein Problem, wenn man nicht stabilisieren will? Ich habe diese Entwürfe persönlich genähmigt. Und das schon vor längerem, wie ich sage muss. Hast du heute nur Lust mehr auf die Nerven zu gehen? Ha? Ja. Er ist der Kleine. Bildest du Taschentiebe aus? Weißt du was, Dörlin? Du stinkst nach billigem Med. Und das ist noch deine liebenswerteste Eigenschaft. Leute. Alle meine Ehe gehört. Hier spreche ich, eure gesamte Wirtschaft. Ihr sollt wissen, dass ich Vertrauen in euch habe. Dass ihr mir diese Maschinen wie versprochen liefern könnt. Pünktlich, kostengünstig und natürlich sicher. Die Zwerge haben mich nie im Stich gelassen. Und sie werden jetzt nicht damit anfangen. In Ordnung? Gut. Ey, es passiert gerade viel zu viel. Es passiert gerade viel zu viel. Gut, Joey. Ich gönne dir erstmal eine Pause. Wenn du an die Arbeit gehen und Antworten finden willst, komm in mein Arbeitszimmer den Flur runter. Die Pause brauchen wir jetzt definitiv. Neue Kleidung. Weil, was passiert hier alles, ey? What the fuck? Neue Kleidung also. Bin ich mal gespannt. Ach, okay. Das ist unser, ja. Basenuniform. Ich könnte es mal anprobieren. Zumindest weniger dreckig. Wow. Wirklich nützlich. Ausrüstung verbessern. Hm. Gut ausgestattet. Wo fange ich an? Ein Basenbogen. Wow. Wittnerbogen. Bogenfähigkeiten und Ruhebeschauerung haben verringerte Abklingtheit. Ähm. Lass uns den mal machen. Ich hab irgendwie Bock drauf. Oder lass uns den auch gleich verbessern. Den Jötnerboden holen wir uns auch gleich. Komm. Ah. Den können wir auch verbessern. Mit der Statue schon durch Runenpfeile. Ja gut, das reicht erstmal. Dann Bogen. Was mal hier? Axis Wars. Axis Wars. Auf geht's. Aber mehr können wir auch nicht mit dem Jungen machen. Also. Echt, echt komisch, was hier abgeht. Odin versucht hier einen auf übernett zu machen. Oder eben. Ja. Patrios mit offenen Armen aufzufangen. Was sehr, sehr komisch natürlich für mich rüberkommt. Dann waren wir kurz bei Durlin. Haben wir ihn gesehen. Er hat natürlich so getan, als ob er uns nicht kennt. Und wir haben Thor getroffen. Und Heimdall. Also. Ist sehr, sehr viel passiert. Das ist die Asenuniform übrigens. Super krass. Die ziehen mich an. Safe. Egal, was Kratos sagt. Ähm. Ja. Also. Sehr, sehr krass. Wirklich sehr, sehr krass. Bose. Ich würde sagen. Das war's mit dieser Folge. Die hat jetzt sogar länger gedauert. Da waren wir schon echt geil los. Dann würde ich sagen. Schauen wir in der nächsten Folge mal. Was mit Odin noch so passiert. Und was er uns zu erzählen hat. Also Bose. Nicht vergessen einzuschalten. Jetzt wird das richtig, richtig spannend. Bis zur nächsten Folge. Peace. Cheers. Cheers.